Dieser schicke Smart Electric Drive könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Wagen als Elektromobil stößt keine Schadstoffe aus, somit ist er noch lange steuerfrei. Großer Außenspiegel bieten beste Übersicht. Mit einer Länge von nur 2,75 Meter passt dieser Smart überall hin. Trotz seiner kürzer Außen hat der Wagen einen beachtlichen Stauraum. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Smart schützt Sie rundum mit ABS, ESP7 und Herbex. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem Smart Electric Drive und seinem tollen Antrieb werden Sie viel Spaß haben. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020